Musik Wir sind die Familie Arnold von Seedorf. Wir bauen auf dem Kolostenhof. Wir haben vor allem Milchwirtschaft und einen grossen Hofladen. Das ist meine Lieblingskuh, das ist die Raina. Sie ist fünfjährig und ist eine ganz liebe Zutrauliche. Und sie hat eine ganz coole Frisur. Auf unserem Landwirtschaftsbetrieb haben wir vor allem Milchkühe. Alle unsere Kühe haben einen eigenen Namen. Wir haben im Stall gewünscht. Die Kühe schätzen das extrem. Sie können sich den Rücken gewünscht oder den Kopf. Speziell auf unserem Hof ist, dass wir Molkenkosmetik machen. Die Restmolken, die wir vom Käse haben, in Naturkosmetik umwandeln. Dann haben wir einen Hofautomat, wo man fast 24 Stunden Milch holen kann. Dann haben wir einen grossen Kräutengarten, wo man natürlich auch anschauen kann. Aber sonst ist es eigentlich auch so schön, dass ich die Familie bei sich habe. Also ich kann Kinder integrieren. Wir haben für alle etwas zum Arbeiten. Und ich bin Kind von Russland, ich bin ein Tier. Und dann alles miteinander knüpft. Das ist einfach eine ganz schöne Arbeit. Das ist einfach été... Wenn Du das PDF-", wünschstidency. Weil Du dieses Program mit einem Internet-Programm aus. Vielen Dank.